Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge vom Projekt Community-Projekt. Da drüben seht ihr den anderen Spacken rumtänzeln und hier ist wieder Läuft bei dir, weil wir haben heute Dual-Facecam, weil wir das cool finden, auch korrekt, wie die gerade bei Facebook Sachen kommentieren. Das muss jetzt einfach sein. Ich habe mein episches 3D-Texture-Pack drin. Ich habe mein neues Texture-Pack drin. Ich stehe eher auf diese Comic-Texture-Packs. Und ich fand es mega geil. Das Geil ist, das muss ich kurz zeigen. Dieses Steinschwert ist einfach so ein Hammer. Lol, Alter. Ja, aber bei mir ist dieses Steinschwert so groß, einfach wie dein Spielcharakter, wenn du dich dukst, Alter. Oh, ja. Dann erzähl doch mal, was wir heute denn so vorhaben. Bauen. Bauen, bauen. Wir sind Superstars. Wir wollen ein mega geiles Haus bauen, ein Hollywood-Haus. Aus Bananen. Aus Bananen, muss man sagen, ja. Und ein bisschen Kot wird auch mit dabei sein, aber das kommt später. Es ist schon wieder richtig behindert, Alter. Ich habe einen Schaden gefunden. Es ist gestorben, aber ich will ihm nicht hinterher springen, ansonsten sterbe ich auch, Digge. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Es ist da irgendwo ganz unten am Berg, Digge. Warte, ich springe unten. Oh, warte, warte. Nein, Junge! Wie läuft das? Okay, nein. Okay. Okay, Leute. Ich habe gerade echt so Schiss gehabt, dass du gestorben bist, Alter. Nee, ich springe immer ins Wasser. Warte, da oben war gerade ein Schaf. Ja, wir brauchen jetzt echt mal, wir brauchen jetzt echt mal irgend so einen Ort, wo wir so eine scheiß Mine haben. Ja, Alter. Auf dem Schlachtfeld. Da liegen immer Minen. Ich habe gerade Geld gefunden. Geil. Cola. Ich finde auch immer Geld. Ja, guck mal hier, ich schmeiß mal ein Pappmann hier auf. Ja, und hier sind genau zwei Euro drin. Ich bin ein Richer Boy, ne? Und warte, warte, guck mal, hier ist noch so Pennergeld, so diese 2 Cent-Stücke und so. Boah, ich habe voll die gute Idee gerade. Die wäre? Ich verkleide mich jetzt. Bitte in so einem SM-Lederanzug, Alter. Das wäre so geil. Ich würde das so hart feiern. Nee, nee, viel schlimmer. Ich habe so eine Brille auf mit so einem falschen Schnurrbart. Genau, Alter. Scheiße, Alter. Nachher beim Schneiden verbringe ich eine Stunde mit Schneiden. Warum? Weil ich eine halbe Stunde mir einen abgelacht habe über diesen scheiß Icecam. Warte mal, ich muss mal kurz in die Facecam gucken und das Mikrofon wegmachen für's Thumbnail. Ja, genau. Okay. Mann, Alter, weißt du, kaum nämlich mit dir auf ist es... Ih, ich habe den Schnurrbart im Mund. Weißt du, kaum nämlich mit dir auf ist es behindert, ohne Witz. Also, ich kann euch schon mal warnen, diese Folgen hier. Die haben Niveau minus 5. Ey, Digga. Das ist dick gelogen, ja. Bitte mal Niveau minus 10. Bitte, ja. Ich mach mal schnell hoch. Ich sag Amanakoyumla. Ich sag Waller mit Razzent. Ach, ich überkomme nimmer. Was? Ey, Digga. Oh, Shit. Oh, Shit. Das sind die fucking Unprodukte. Okay, gut. Ich glaube, da hat gerade jemand sein Schwengel Dengel in der Hose gefunden. Geil. Nee, bei mir ist alles easy. Ey, Digga. Alter, oder jetzt? Ich bin voll mit Mühe, mich so drauf zu konzentrieren. Irgendwas zu farmen. Ja, so Steine oder so. Kack. Aber ich muss alles zwei Minuten einfach so lachen. Egal, komm, erzähl mir was. Alter, ich glaube, ich sehe gerade nichts. Denn ich weine ein bisschen. Du hast wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Pipi in den Augen. Pipi in den Augen. Das schreibe ich im Titel, Alter. Nee, mach ich nicht. Ich bin ein schrecklicher Mann. Ja, das stimmt. Aber auch unhaft. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann setze ich hier noch Blumen hin. Denn Blumen lassen sich cool. Ey, ich habe Digger die Kohle gefunden, ja. Ey, Digga, wir müssen jetzt mal anfangen, hier das Haus zu bauen. Oder? Alter, ich habe voll die gute Idee. Ja, Brudi, wir müssen ja erstmal in die Höhle. Du willst ja Quarz haben, Digga. Ne, Quarz gibt es nur im Nether, ne? Ja, Nether, meine ich ja. Hölle. Ich bräuchte einen Fallschirm, ey. Ähm. Jetzt kommt der mit dem Scheiß Falsschirm, Digga. So eine Aldi-Tüte. Ey, lass mal... Lass mal unten irgendwo so einen Gang in den Berg reinhauen. Aber ganz weit unten. Hab ich mir auch gedacht, dass wir so den tiefsten Punkt mal so in der Nähe des Spawns suchen. Also halt auch bei unserem... Wow. That was... That was bloody close, man. Alter, wenn man das so ohne... Wenn man das so ohne Facecam-Aufnahme sieht, ja, dann denkt man sich so... Sind die behindert? Und wenn man das mit Facecam-Aufnahme sieht, denkt man sich so... Alter, die sind ja wirklich behindert. Ja. Ist so... Junge. Ist einfach so... Get rekt. Get rekt. Okay. Alter, ob mich so ein Scheiß-Zombie schon mit dieser Teilung... Gut, da kackt meine Stimme. Ja. Get rekt. Okay, noob. Alter, ich hab die gerade so richtig weggeießt. Wie? Vier. Alter, hier sind Huhn und Schwein am Start. Wie auf dem Bauernhof, Alter. Alter, das ist so ein Schwein. Das ist eigentlich... Ich werde dir das Bauer, Alter. Oh, mein Mikrofon ist viel zu hoch. So, du Hurensohn. Verreckt, Mann. Ich hab grad nen Zombie umgebracht. LOL, Alter. Ich hasse diese Scheiß-Skelette, Alter. Ja, jetzt kommt noch ein Creeper auf mich zu. Ja, komm, fickt mich doch alle. Ja, hier. In mein Popoloch, du Scheiß-Ding, Alter. Fick dich ins Knie. Alter, wir brauchen nen Sattel. Wir brauchen nen Sattel. Ja, Alter, damit ich endlich auf zum Scheiß-Geländ reiten kann. Damit ich das umbringen kann. Du Scheiß-Kack-Bohn, Alter. Fick dich. Weißt du was? Warte mal. Du älster Schnauzei. Okay, gut. Jetzt hätt ich nichts. Sollen wir das Pferd hier umbringen? Äh, ja, das bringt eh. Und jeder gleich S&M-Manzug und S&M-Manzug gleich geile Sexspiele, ja? Herr Erde, das hat überhaupt nichts gebracht, dieses Pferd. Das hat nur drei-, viermal gemacht. Ja, ich hab dich übrigens gefunden. Kennst du's? Ich wollte grade schon mal, grade immer mal wieder so nen Zeitpunkt, wo ich sterben wollte, ja? Und dann spring ich nen Berg runter und ich treff genau dieses eine Wasser, wo ich dann immer verkackt hab, ja? Vor allem, weil die ja einfach zwanzig Wasserquellen sind. Ja gut, dann äh, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Digga, wir wollten in ne Höhle gehen. Wie spät ist das Auto? Sieben Minuten. Ja, sechs Minuten. 22 ist bei mir. Ja, dann komm mal mit. Also, nehmen wir mal an, da oben wohnen wir. Da ist Bosberg Christeburg. Ja, Junge! Ja, okay. Ey, Junge, Alter! Dieser Nau, ey! Okay, aufhör. Hey, kennst du nicht Christeburg? Der ist irgend so nen Sänger oder Sängerin, keine Ahnung. Nein, Mann. Ich sag mal, wir grabben uns jetzt hier durch. Wir grabben uns jetzt. Wir einen Linianer. Lin, Linianer. Das ist, wenn du eine Linianer... Lea... Ich hab's, ich hab's verstanden, ja. Ich hab's, ich hab's verstanden. Du musst einfach das Linianer mit der Linianer häusen und kriegst... Shish, alter Höhle. Shish, Bruder. Das ist geil, siehst du? Ja, ohne Ressourcen. Ach ja, übrigens noch ein News für dich. Wir sind jetzt übrigens im selben Netzwerk. Ob du's glaubst oder nicht, gell? Ja, ich hab's gesehen. Du warst bei... Ja, ich hab das... Nee. Was? Ja, ich hab's gesehen. Nee. Lol. Was ist jetzt? Ja, ich hab's gesehen. In deinem Banner war das, glaub ich. Und ich dachte so... Ey, sterb blöd. Jetzt ist der hier. Und dann nur... Und dann dachte ich so... Das ist ja mal nicht für Bullshit. Das ist mal ehrlich. Ich hab auch extra... Ja, ich hab auch extra... Du kannst ja so nen Bewerbungsbogen ausfüllen. Ich hab extra deinen Kanal angegeben. Du mir das Ganze empfohlen hast. Ja, das... Das heißt, jetzt hab ich 100 Euro bekommen. Gut. Kein Ding, glaub. Kennst du eigentlich Dieter Droppa? Nein, Mann. Aber das sagt mir... Die Junge, Alter. Bist du die? Kennst du Agathe Bauer? Agathe Bauer! Ey, ich bin so ein Scheiß. Digga, Alter. Ich fühl mich grade so, als ob ich grade mein Gehirn in die Mülltonne gekloppt hab, Alter. Scheiße! Wie diese fucking Monster hier, Alter. Wie seh ich die hasse. Oh mein Gündnis. Boah, ich hab edlen... Ja, Junge, komm! Fick dich doch, diese Scheiß-Creeper, Alter! Ja, verkehrt hier. Ich hab grade edlen Boss-Stein gefunden. Oder Moos, ja. Alter, das ist voll... Das ist neuer Stein. Das ist dieser weiße, Alter. Boah, daraus kann man so epischen... Ge... Weiter... ... gearbeiten, machen, Stein bauen. Ey, ja komm, Alter, diese Scheiß-Creeper. Ey, der sieht sowieso geil aus, Alter. Lass da rausbauen. Ich komm, ich komm jetzt mal wieder zu dir. Ich musste grad eben nur mal so'n, so'n mini-bischchen Holz farmen. Warte mal, wir müssen auf welcher Höhe sind wir. Warte mal, wir müssen auf welcher Höhe sind wir. Damit ich überhaupt mal ein bisschen was bekomme. Ich muss in die Höhe... 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 Okay, wir sind in die Höhe 43 jetzt. Boah, Digga, Alter. Wir müssen dringend mal auf die Höhe. Weil ihr müsst wissen... Dieses Community-Projekt ist auch so'n kleines Clan-Projekt. Wobei man... Ja. Wir befeiten uns halt. Ey, bring mal ne Spitzhacke mit. Ja, Brudi. Ich war extra... Ich war extra ein bisschen Holzfarben, damit ich genug Holz bis Dicke... Ich war in Österreich. Du nicht? Wieso ist denn hier oben schon wieder ein Creeper? Hast du... Alter! Ich fack mich so ab, Alter. Digga. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Du uns. Ja. Ich geb's zu, das mit dem Creeper war ich. Weil ich nicht zu viel... Weißt du... Ja, weißt du, was der Creeper gemacht hat? Was? Der hat meinen fucking Hasen gekillt. Okay, reicht mit Trauer. Gut. Dann sowieso neun. Ja. Das war's dann. Du bist wie Batterien. Oh, so schwer. Weißt du was? Wir nennen jetzt jeden Hasen, der von dir, der getötet würde. Einfach. Wir nennen den nächsten Hasen. Läuft bei dir zwei Punkten. Nur halt. Irgendwann dann wird er so... Läuft bei dir 80. Läuft bei dir 217. Aber... Ich muss jetzt sagen... Ja. Guckst du auch gerade in die Facecam? Ja, Mann. Ich hab mir gerade gesagt... WTF? Ey, ich... Kennst du diesen Moment, wo du dich auf das fertige Video freust? Warum? Weil du in versehen willst du mal abspackt? Cool. Ich kenn das nicht. Ähm... So. Ich brauch jetzt... Stein. Scheiße. Ich hab grad GoFuckYourself in die Facecam gemacht. Und muss dabei mitdenken... Ah, Scheiße. Du siehst es ja. Du siehst es ja. Dumb. Ich bin ein bisschen behindert in meinem Kopf. Ich bin ein bisschen behindert in meinem Kopf. Disch deine Hauptsache, Bruder. Ich find das grad witzig. Ich glaub, wir sollten uns irgendwie so einen coolen Teamnamen geben. Ja, Mann, Alter. Team Toastbrot. Nein, okay. Warte, ich guck mal schnell bei Google. Was heißt denn Kompetenz auf Türkisch? Hahahaha. 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 Alter, wie er sich gleich so durch dein Zimmer schmeißt, ey. Junge, Alter. Ich werfe mich echt direkt durch mein Zimmer, Alter. Dein Video direkt so kommt. Ich guck mal aus, was Kompetenz auf Türkisch ist. Hauptsache, Alter. Übersetzen. Ich könnte meinen Nachbarn fragen. Und meinen anderen Nachbarn. Und den Nachbarn von gegenüber. Wohrst du in Türkei? Bruder, ich bin Türkei. Hier ist ein fucking Enderman in unserer Höhle. Ich geh jetzt einfach durch den durch. Verpiss dich. So. Ich weiß, ich glaube, Marabar heißt Hallo oder so. Ja, genau. Ja, genau, deine Mutter, Alter. Hier sind einfach vier Creepern in so einer fucking Höhle. Ihr Hurensöhne. Boah, yo, Alter. Ich bin da gerade dick reingejumpt in so eine Megafalle. Doch. Ich hab das Loch gesehen. Ist vorne tief drin. So, also. Alter, ohne Witz, ne. Alter, ohne Witz, gell. Ich hasse mein Leben jetzt schon. Warum? So, ich hab jetzt einen genauen Stack Dings gemacht. Genauen Stack Fackeln. Ich komm jetzt mal runter. Das ist chillig. Ich bin gerade in unserer, in unserer mega geilen Höhle. Oh, shish. Oh, shish. Oh, shish. Okay, geschafft. Oh, Alter. Kennst du diesen Moment, wo man immer so Panik schiebt und sich so denkt, wenn du jetzt stirbst, Juge? Nö. Ja, dann hast du Geschäß. Ey, da ist ein Enderman. Ja, Mann. Ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen bin ich auch schon... Also, ich, ich schlag den und der portet sich genau in dem und weg. Ich hab ihn sicher... Oh, der ist aggro. Da ist ja nur und so. Alter, der ist auch geiler Stein. Ich will mal sehen, wie der gepolished aussieht. Also, poliert. Ja, klar. Wie deine Fresse. Dein Gesicht ist wie ein How-To. Reintreten und wohlfühlen. Alter! Digga, komm mal auf die Zwischenetage. Zwischenetage. SOS. Alarm. SOS. Affenalarm. Zieh die Stilber raus. Das war alles gut. Auf jeden Fall setzt deine Affen drauf. Wenn sie fallen ist, lässt sie aus. Alter. SOS. SOS. Ich bin unterwegs. Alpha 42 an Leitstelle. Wir sind unterwegs. Bitte halten sie durch. Nö. Alles klar. Wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Ich dachte, du bist hier unten. Ja, ich bin da. Ja, ist ja. Wenn man im Texture-Pack ist so eine Fackel einfach fast 2000 Blöcke groß. Tschüss Junge, was geht denn bei dir? Tschüss. Guck dir das mal an, oder? Was denn? Ich hab hier irgendein Stone gefunden, der ist Hell. Ja, der ist meinte ich vorhin mit Boss-Haft-Stein. Ich hab einen Boss-Haft-Stein gefunden. Jetzt komm doch mal hoch. Da baust Digga. Ah, korrekt. Herzlich willkommen in der Aufnahme. Oh, dankeschön. Das war jetzt easy. Digga, hier unten ist ein ganzes Feld. Vollesigen Stein, Alter. Na, nicht diesen Stein. Komm mal mit. Jetzt komm mal mit. Zuerst sagst du, komm runter, dann geh wieder hoch. Komm mal runter, ey. Nein, ich wollte gerade ein Wort verwenden, das ich sonst raus hätte piepen müssen und darauf hab ich jetzt kein Wort. Also was denn? Nur wenn die Stone, wo du draufstehst. Was nochmal? Guck dir den Stein an, der sieht bosshaft aus. Ja, dann schauen wir. E. O. S. S. Zu faul. Junge. So, warte. Deutsch. Kom. Pe. Tens. Zu. Turk. Ich. Jeterlick. Lass es dir von Googling vorsprechen. Jeterlick. Jeterlick. Guck mal. Ja. Ja, hallo. Weißt du. So. Und jetzt nehmen wir den Stein hier mit, denn der ist cool. Ah. Geh du mal nach unten und mach mal so einen Strip-Main-Gang. Jo, mach ich. Ich bin dabei. Ähm. Wie verstehst du Strip-Main? Weil das verstehen ja viele äh, anders. Warte, ich zeig dir mal so einen epischen Gang auf du. Ja, einfach einen Gang geradeaus, einer links, einer rechts, oder? Ey, jein. Und alle zwei Blöcke halt immer so drei, vier Blöcke rein. Ja, 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 ja. Aber du nicht. Warte, welche Höhe ist das? 40. Tschüss, Digga. Dann müssen wir viel weiter runter. Oh. Ja, geil. Du baust dich weiter runter. Loll, Alter. Ich bin mit zwei Meter davor runter. Das ist behindert, Alter. So, wir gehen jetzt hier nach unten. Keine Experimente. Okay, dann gehen wir halt hier nach unten. Oh, Leute. Ich könnte mal... Oh, meins. Meins. Was auch immer es ist. Ich will's haben. Es ist... Ich kenn mein Texture-Pack noch nicht. Das ist Kupfer. Kupfer. Was ist das, Alter? Guck mal, noch ein bosshafter Stein. Wir haben nur bosshafter Stein. Oh, ich mach mal dieses Overlay weg. Oh, Screenshot auch gut. Oder muss. Oder... Was machst du da? Bau das mal ab. Ich hab den... Ich hab den Scheißstein gerade abgebaut. Dann geh doch weg. Guck. Siehste? Guck, der boss baut ab. Guck. B, B, A. B, 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 B. Digga, ich will nur sagen, wir sind bei 16 Minuten, ne? Also, ich will immer sagen, wir... Du hast das mit der Folge, ne? Ja, schon. das klingt wie sowas schweizerisch ich würde sagen wir nehmen auf wenn wir ein bisschen farm waren oder vielleicht mal so zwischendurch wenn wir die aus und dann wenn wir das haus ich werde das sicher ziemlich oft stream also guckt vorbei auf twitch punkt tv lp al dente genau da ich hier waren vorhin 50.000 da ist coca an der wand ok nice ja ich kann eigentlich nur dasselbe sagen ich werde dann bei ihm im stream mit dabei sein auf jeden fall guckt mal vorbei dann seid ihr cool wie ich nicht egal gut damit wir sagen ist die folge dann auch schon 17 minuten lang wir haben euch lang genug abgefragt haut rein bis zum nächsten mal tschüss ach so ja und schaltet unbedingt bei let's play al dente rein link ist unten in der beschreibung tschüss